Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transpart Fever 2 hier bei Heisenberg Zag. So, Metronom und Railchat, stell dich ein. Schön. Ja, und jetzt gibt es hier noch einen Stadler Kiss und zwar Schlott hier drüber. Jawohl, also die Linie haben wir, wir haben die Signale, wir haben natürlich alles, außer ein Depot. Jetzt wurde ich gerade nochmal gerügt in den Kommentaren, ich stelle immer wieder Depots hin, obwohl wir schon Depots haben. Äh, teilweise wirklich auch schon erreichbar, also im Sinne von, dass man den Zug auch dort hätte rausnehmen können. Ja, ich sage es gerne nochmal, für meinen Geschmack kann es nicht genug Depots geben. Also, die sind einfach schön. Das sind weitere Gebäude, die die Anlage ein bisschen verschönern. Also von daher, ich hätte am liebsten hier noch ein Depot, aber ich lasse das jetzt mal. Weil vielleicht wollen wir hier mit den Gleisen auch mal noch raus. Gut, jetzt aber, wir haben hier ein Depot. Jetzt gucken wir mal, ich habe gestern glaube ich noch gesagt, irgendwie das war, naja, aber das wird nicht klappen, wir kommen von hier da nicht rein. Das wird jetzt definitiv nicht klappen. Also, von daher, wir brauchen hier wahrscheinlich tatsächlich nochmal ein Depot. Ja, ich weiss. Aber ja, wenn wir halt keins haben. Moment. Irgendwie so hier rüber. Ja, man sieht, nee, das ist natürlich von der Kurve her nicht zu machen. Da wären wir hier, wenn es denn funktionieren würde. Das würde funktionieren, wenn hier die Weiche nicht wäre. Ja, und dann irgendwie dort rein. Nee, das ist doch Käse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also, nochmal ein Depot. Wohin mit dir? Ja, jetzt schauen wir mal schnell. Ja, hier war die Idee. Das hätte natürlich schon was. Aber eben, das sind eigentlich Gleise, die wir je nachdem noch nutzen wollen. Wobei, Moment. Ich gucke mal. Ich gucke nur mal. Ich gucke nur. Ich habe das Depot noch nicht gebaut. Ähm. So. Wir haben hier zwei Linien. Die wollen eigentlich nicht weiter. Das würde doch heissen. Ich gucke nur. Äh, Moment. Depot. Und zwar das hier. Ein bisschen drehen. Ah, ihr habt Glück. Das passt genau nicht hier rein. Ach, wie schade ist das denn? Das wäre doch schön gewesen. Das passt rein. Ist aber wahrscheinlich zu lang. Einmal drehen. Ja, nee. Passt auch nicht rein. Und ist zu lang. Ja, okay. Dann eben nicht. Hätte ja sein können. Machen wir es hier hin. Oder wisst ihr was? Wir machen es hier vor das Häuschen. Und gehen hier mit den Gleisen noch ein bisschen durch den Wald durch. Dann haben wir hier nochmal ein paar Gleise. Das ist doch auch cool. Jetzt ist halt die Frage. Ja, das wäre schon so für St. Gallen. St. Gallen darf schon irgendwie noch sowas haben. Hier zum Beispiel nicht mal vor das Häuschen, sondern daneben. Jetzt versinkt es hier hinten ein bisschen. Das ist aber okay, denke ich. Zack. Stellen wir mal hier hin. Das ist halt einfach wieder ein Gebäude, was cool aussieht. Also ich verstehe tatsächlich nicht, wie man Depos nicht mögen kann. Hier haben wir auch nochmal eins. Guckt mal. Aber das ist das Depot für, ja genau, für unseren Openair-Zug. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Gleis da reinkommen. Ähm. Machen wir 160er. Irgendwie eine Kurve durch den Wald, haben wir gesagt. Und dann irgendwie hier rein. Ja. Das scheint schon hervorragend zu klappen. Moment. Da ist genau noch die Strasse. Das heisst, das funktioniert so nicht. Können wir andocken? Nein. Aber wir können es anders machen. Machen wir das mal so. So. Gehen hier rüber. Und jetzt müsste ich die Kurve eigentlich hinkriegen. Jawohl. Passt. Und hier bei dem zweiten Gleis. Das nehmen wir mal mit. Und das geht hier vorne in die Weiche rein. Und zwar so. Und damit wir das jetzt nicht vergessen, machen wir gleich mal noch unsere Lichtlein hin. Auch bekannt als Signale. So. Ja. So. Einmal. Und unten. Da. Stadler Kis 2. Stadler Kis 1. Wir schauen mal. Oh. Da haben wir eine riesen Auswahl. Das Problem ist ein bisschen, die Strecke ist so lang dann doch nicht. Ich würde sagen, wir machen eine Mischung. Also sicher den hier. Weil das ist der Stadler Kis, den ich kenne. Den hätte ich mal gerne. Kaufen wir. Dann. Ja. Im Prinzip bräuchte man halt schon alle. Westbahn 6-teilig. Halt. Du musst weichen. So. Kaufen. Zack. Was haben wir hier noch? Das wäre der dritte. Ich muss zählen tatsächlich. Und dann werde ich rausfinden, ob es reicht. Der ist relativ kurz hier. Den mache ich nochmal weg. Dann nehmen wir den 6-teiligen. Ja. Gefällt mir besser. Kaufen wir. Löschen wir. Gehen zum Stadler Kis 2. Ja. Und jetzt haben wir hier halt tatsächlich nochmal eine riesen Auswahl. Wobei hier haben wir so viele Gelbe. Das sind einfach verschieden lange. Ja. Aber das sind zu viele Züge. Also weil die Strecke ist tatsächlich nicht ewig lang. Lass uns mal den O-Deck noch dazu nehmen. So. Hier hinzufügen. Gibt es den nicht länger? Nein. Eigentlich nicht. Oh. Hier. Der ist halt auch sehr, sehr cool. Ich kaufe den mal noch. Sonst mache ich eine extra Schlaufe hin. Bei der Strecke. Dass wir da nochmal irgendwie eine Kurve einbauen. Damit die Züge alle raufpassen. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte gerne noch so einen gelben. Den brauchen wir irgendwie einfach auch noch. Dann haben wir 6 Züge. Ich hoffe das klappt. Sonst werden wir es sehen. M. Ja. Kaufen. Zuweisen. Ne. Nicht Obenair Express. Sondern Lüttich St. Gallen. Auch nicht. Da. Stadler Kis. Nach Mühlacker. Zack. Machen wir zu. Das rechnet noch. Sind ein paar Züge. Und dann gehen wir mal gucken, was hier Schönes rauskommt. Im Idealfall ein Stadler Kis. Beziehungsweise mehrere. Ja. Mit welchem fahren wir denn da mit? Das werden wir dann noch schnell gucken. Da hinten kommt noch die Strassenbahn. Das Tram von St. Gallen. Cool. Ja. Es fängt an hier sich zu bewegen. Das Ganze. Da oben sind nur noch Kollege Big Boy. Das weiss ich nicht, weil ich es erkenne. Sondern weil da oben halt die Big Boy fährt. Das war jetzt wirklich fiesig. Kommst du auch noch? Der ist aber bedenklich langsam. Der Kollege. Habe ich hier 10 kmh Gleise? Ich glaube nicht. Oder schon? Moment. Mal gucken. Ne. 70. Also von daher. Ja. Jetzt wird er auch ein bisschen schneller. Aber cool ist der natürlich. Definitiv. Haben wir hier eine Cam? Ich glaube ja. Jawohl. Sogar ein relativ grosses Fenster. Ich gucke mal kurz bei den Kameras. Ja. Jetzt glaube ich aber auch wieder das gezoomte Teil. Aber da könnte man je nachdem tatsächlich. Oh. Auch sehr nett. Äh. Oh. Das ist. So Sachen liebe ich natürlich. Hier das Innenleben des Zugs. Hier sogar mit Treppe. Da können wir uns auch ein bisschen bewegen. Das war die falsche Richtung. Ja. Schaut mal. Das sieht schon klasse aus. Also das muss man tatsächlich wirklich sagen. Wie geht es hier runter so? Ja. Und dann ganz nach vorne. Cool. Cooles Teil. Okay. Gut. Gehen wir wieder raus. Weil wir wollen ja noch mitfahren. Haben wir gesagt. Ich würde aber sagen. Die Führerstandsmitfahrt hier. Die wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn wir Performance haben. Das müssen wir halt gucken. Weil das hat man ja schon mal. Dass einfach die Performance. Die Performance flöten geht. Wenn man diese Kamera hat. So. Der nächste Kollege. Das müsste Odeck. Also die Odeck Variante sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Warum wartet der? Ja. Der muss ja erst vom Signal runter. Beziehungsweise vom Signal vorbei. Okay. Na. Jawohl. Odeck. Genau. Genau. Erkennt man einfach an der Lackierung. Auch sehr schön. Mit eurem Einverständnis würde ich das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. So. Dass der rausfährt. Damit wir alle Züge wenigstens einmal sehen. Und dann können wir mit dem letzten dann mitfahren. Weil man sieht. Das dauert selbst. Wenn wir hier im schnellsten Tempo unterwegs sind. Momentchen. Weil er wieder warten muss. Ist der hier noch nicht weiter gekommen. Doch. Jetzt fährt er. Haben wir hier keine Signale mehr. Doch da vorn. Also der käme hier rüber. Könnte dort warten. Das passt schon. Jaja. Die Strassenbahn muss warten. Jetzt dachte ich schon. Wir hätten hier ein Problemchen. Aber das ist ja eigentlich auch ein schönes Bild. Cool. Die Strassenbahn auf der Schiene. Wartet auf den Zug auf der Schiene. Da hinten kommt schon der nächste. Der hat hier ein Signal. Der müsste also warten. Naja. Aber das dauert jetzt ein Momentchen. Bis wir hier rauskommen. Ich verstehe aber auch nicht. Warum der dermassen langsam ist. Ja. Ich meine. Wir haben hier eine Kurve. Das ist mir klar. Aber also das ist ja Schritttempo. Das ist ja eigentlich langsamer als Schritttempo. Kommt der hier überhaupt rein? Doch. Von der Länge her müsste es passen. Aber guck mal. Haben wir hier 10 kmh Gleis? Das glaube ich eigentlich auch nicht. Aber das sieht irgendwie fast ein bisschen danach aus. Ne. 55, 53, 55, 55. Also vom Gleis her passt alles. Warum der dermassen schleicht. Es ist mir tatsächlich ein bisschen ein Rätsel. Das ist doch nicht normal. Geht es dem gut? Ich verstehe es nicht. Naja. Machen wir nochmal hier den. Weil sonst dauert es Ewigkeiten. Oh. Aber dann wird der Metronom so schnell. Ne. Das ist nicht anzugucken. Mal wieder langsam. Ich würde sagen. Wir machen es anders. Wir steigen in den hier ein. Wobei. Dann sehen wir die Züge nicht. Das ist ja auch irgendwie Käse. Da hinten steht der Kollege der Westbahn. Hä? Also das ist ja wirklich ganz merkwürdig. Der ist schon so langsam aus dem Depot rausgekommen. Nicht, dass die jetzt dann die ganze Strecke in dem Tempo bewältigen wollen. Weil dann dauert es dann tatsächlich ein Momentchen. Wir hätten hier noch was anderes zu tun auf der Anlage. So. Der Metronom fährt los. Der zeigt eigentlich dem Stadler Kies, wie es geht. Nämlich mit ein bisschen Schwung. Oder ist hier im Bahnhof drin irgendwie was? Nicht in Ordnung. Dass diese Gleise so langsam sind. Das kann doch auch nicht sein. Guck mal. Der ist immer noch am Üben hier. Wird er schneller, wenn er hier runter ist? Ich meine, ist ein schönes Bild. Stadler Kies, Metronom, Railjet. Da hinten der andere Zug. Und hier noch Kollege Big Boy. Ja, also massiv schneller wird er nicht. Also irgendwas stimmt nicht, würde ich behaupten. Aber ich wüsste jetzt nicht, was in den Gleisen nicht stimmt. Oh, habe ich hier mit die Fake-Variante? Haben wir hier eine Fake-Variante? Das müsste man mal noch prüfen. Weil teilweise gibt es natürlich bei Zügen die Fake-Variante. Und die fährt nicht schneller. Wozu auch? Äh, welchen habe ich? Ich glaube den bewegt. Bewegt, 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 bewegt. Ne, wir haben hier keine Fake-Variante. Ja, nochmal schnell gucken. Ne, das sind alles ganz normale Züge. Die wirklich sozusagen für den Verkehr zugelassen sind. Die nicht dafür gedacht sind, dass man sie irgendwo hinstellt. Und sich an der stehenden Variante erfreut. Der fährt immer noch nach da hinten. Soll ich den nochmal verkaufen? Weil irgendwie das gibt mir schon ein bisschen zu denken. Aber ich weiss nicht, ob er schneller ist. Wir schauen jetzt mal, wie er rausfährt. Mit was für Tempo. So, wie gesagt, der Metronom, der kann's. Also von daher verstehe ich nicht, warum es der Stadtler Kies nicht kann. Einfach rausdüsen. Der wartet noch. Sehr gut. So, bewegt sich der jetzt schon vorwärts? Oder was macht er? Ne, der bewegt sich allen Ernstes immer noch zum Bahnhof hin. Also ich gucke mir das jetzt genau noch einen Momentchen an. Und schaue, wie der rausfährt. Und sonst müssen wir hier was ändern. Weil, äh, das geht natürlich tatsächlich. Aber mir ist wirklich ein Rätsel. Warum der so lahm ist. Also das kann doch hier nicht am Bahnhofsgleis liegen. Jetzt fährt er raus. Jetzt bin ich gespannt. Das ist auch irgendwie die ultra lahme Variante. Ja, ne, ein bisschen schneller ist er. Aber das, äh, das ist jetzt eigentlich mit ihm schneller. Ja, aber ein bisschen, er kommt ein bisschen in die Gänge. Wir lassen ihn mal für den Moment, würde ich sagen, lassen ihn mal fahren. Oder hat der irgendwie eine Spezifikation, dass er nur 3 kmh fährt? Also das glaube ich eigentlich auch nicht. Da haben wir gerade noch einen Autosave. Deswegen stehen leider unsere Züge noch mal ein Momentchen. Also das ist nicht, äh, dass er jetzt gar nicht mehr fährt. Sondern eben, äh, Kollege Autosave hat hier noch reingespielt. Ja, es ist, es ist schneller. Okay, gut. Aber wenn der jetzt das gleiche Problem hat, dann wird es lustig. Weil dann, ich weiss auch nicht, dann können wir dann in 3 Wochen mal mitfahren mit den Zügen. Wenn wir uns noch alle ansehen wollen. Jetzt kann der fahren. Boah, ist leicht schwungvoller. Ja doch, das ist, würde ich sagen, das normale Tempo. Wenn er jetzt hier nicht runter bremst. Was hat denn der gelbe Kollege für ein Problemchen gehabt? Guck mal. Der fährt doch ganz normal. Das ist so das Tempo, das man halt hat, wenn man in den Ballhof reinfährt. 43 kmh ist jetzt auch nicht irgendwie massiv Tempo. Äh, der da ist? 160 kmh. Ich habe nichts verändert an dem Zug. Ich weiss nicht, was der für ein Problem hat. Ich werde immer noch mit 44 kmh. Jetzt mit 45 kmh. Okay, nicht übertreiben. Mein guter. Der ist ja unglaublich langsam. Also irgendwas stimmt mit dem Zug nicht, habe ich das Gefühl. Da. Ich meine, klar, wir haben eine Kurve. Aber jetzt, ich lasse ihn mal ein Momentchen fahren. Da hinten haben wir eine relativ gerade Strecke. Wenn er dort auch nur auf 50, 60 kmh kommt. Dann werden wir den ausmustern. Anders geht es nicht. Weil der bremst uns natürlich die ganzen anderen Züge jetzt sonst. Okay. Gehen wir davon aus, der wird gleich... Guck mal, der wird immer langsamer. Was ist das denn? Kann es sein, dass da die Mord irgendwie einen Vogel hat? Ja, jetzt gleich steht er. Ne, das gibt es ja echt nicht. Aber jetzt, Moment. Wir gucken jetzt mal jetzt noch hier den Zug an. Die West... Äh, Westfalenbahn. Das gibt es doch nicht. Was macht der denn? Ich kann die Gleise gerne nochmal kontrollieren. Also daran liegt es definitiv nicht. Das ist da irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein ganz kleiner Fehler. Da, 140 kmh hätten wir hier. Und der steht praktisch. Also eigentlich steht er. Ja, das funktioniert so nicht. Ich weiss nicht, woran es liegt. Aber der Zug... Äh, ja, der muss tatsächlich weichen. Welcher war es? Das müsste er hier gewesen sein. Der gelbe. Zack, zack. Blub und weg. Also anders geht es. Ich weiss nicht, was der hat, aber irgendwie irgendwas hat er. Und der muss jetzt natürlich warten. Der wird jetzt aber schon entsprechend Tempo aufnehmen. 40 kmh. Und jetzt sollen wir nicht langsam werden dort hinten. Sonst habe ich dann langsam das Gefühl, dass mein Spiel nicht mehr richtig funktioniert. Da, bei dem geht es. Ja, 60 kmh. 70. Ja, ja, okay. Also jetzt, das passt definitiv. Weil das liegt an den Kurven. Aber was der gelbe Kollege jetzt hatte, ich weiss es auch nicht. So, hier er. Jetzt wollen wir uns, wie gesagt, natürlich alle kurz ansehen. Dort ist der andere. Und hier kommt er hier. Auch sehr schön, das Exemplar. Definitiv. Und da hinten kommt noch einer. Und dann haben wir es, glaube ich. Das ist der Stadler Kiss, den ich tatsächlich hier aus der Region kenne. Das sieht man auch. Guck mal hier unten. Das habe ich schon mal gezeigt. Da. Da ist tatsächlich das Wappen des Kantons St. Gallens. Und das ist, wo ich wohne. Und auch gerade sitze und da aufnehme. So, ich wollte eigentlich tatsächlich in New York dann gleich mal noch was machen. Ich weiss nicht, ob wir das noch hinkriegen. Nachdem jetzt dieser eine Stadler Kiss tatsächlich einfach ein bisschen gestreikt hat. So. Ja, er fährt raus, er fährt rein. Ich würde sagen, wir setzen uns wie eigentlich vorgesehen mal hier rein. Oh, jetzt haben wir hier keine Kamera. Tatsächlich. Das ist wahrscheinlich, ich kann nicht sagen, dass das die Vanilla Version ist. Und dass andere Gemordete sind. Und deswegen haben wir hier keine Kamera. Man kann es auch so machen, aber dann ist das Ganze so komisch eingedunkelt. Sollen wir den Klassiker machen hier auf dem Dach? Ich denke, das ist auch okay. Vielleicht ein bisschen weiter vorn. Ja, so, dass wir noch ein bisschen was von der Landschaft sehen. So, der eine fährt los. Also dieser gelbe Zug, der beschäftigt mich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen. Bin gespannt, ob ihr da eine Idee habt, wo da das Problem ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, es kann eigentlich nur an den Schienen liegen. Oder eben am Fahrzeug. Dass das irgendwie eine limitierte Höchstgeschwindigkeit hat. Oder eben ein Fake-Fahrzeug ist. Aber ansonsten. Hm. Tja. Egal. Wir haben ja jetzt hier unseren Zug. Da, jetzt sieht man das Wappen nochmal relativ gut. SBB, CFF, FFS. Jetzt der Kollege sollte dann an uns vorbeifahren. Das wird er auch tun. Fangen wir mal aus der Position. Und danach haben wir dann auch endlich freige Fahrt. Und ich hoffe, dass nicht wieder irgendwo einer steht. Und dann mit irgendwie 3K im Haar rumprotzt. Auch schön natürlich, diese Variante hier. So, wir setzen uns wieder in Gang. Gehen wir da eins hoch. Jetzt werde ich die Kamera nicht bewegen. Es heisst immer wieder, du bewegst die Kamera zu viel. Aber ich möchte halt ein bisschen unterschiedliche Ansichten jeweils haben. Ich möchte nicht nur diese Perspektive haben. Ich möchte auch mal noch ein bisschen was vom Zug selber sehen. Also von daher mache ich das auch weiterhin. Ich werde aber nicht jetzt hier in 30 Sekunden Rhythmus die Position wechseln. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Und schon bewegt er die Kamera. Ja, aber ein bisschen gucken. Bahnhof St. Gallen, sehr nett. War ich gestern auch gerade. Also nicht am Bahnhof selber, aber dran vorbei, gefahren. So, einmal wenden. Ich hoffe, wir bleiben hier sitzen, wo wir sind. Jawohl. Ja, könnte sogar noch passen. Interregio nach Brug Baden. Das ist zwar nicht in der Nähe von St. Gallen. Aber es ist natürlich zumindest das gleiche Land. Und wenn der Zug hier nach Zürich fährt, dann könnte er auch weiter nach Brug Baden. Ja, auch nach Basel. Definitiv. Cool. So, rechts wird es dann zum Depot gehen. Das wollen wir aber natürlich nicht. Wir haben hier schon 100k einmal drauf. Seht ihr? Also das ist ja schon. Der gelbe Kollege hat da einen an der Waffel. Was hat der so für ein Problem gehabt hier? Ganz interessant. Na gut, jetzt ist er halt rausgeflogen. Jetzt haben wir wenigstens nur 5 Züge. Ich habe eh gesagt, wir haben eigentlich zu viele Züge. Wir werden es jetzt sehen. Wenn wir freie Fahrt haben, dann geht es mit den 5 Zügen. Und ich denke jetzt mal, es müsste mit den 5 tatsächlich auch funktionieren. Weil ein bisschen Strecke haben wir ja schon. So, Achtung. Ich werde hier mal kurz das Ganze so machen. Dass wir die Züge noch ein bisschen sehen. Gehen wir mal zurück. Naja, 150. Also, okay. Ich komme jetzt nicht mehr auf das gelbe Fahrzeug zu sprechen. Aber irgendwie merkwürdig ist es ja trotzdem. Da der Hybrid, der ist nochmal ein bisschen schneller als wir. Der hat wahrscheinlich gerade knapp 300 drauf gehabt. Aber wir haben immerhin 160. Also langsam sind wir natürlich auch nicht. Nochmal ein bisschen nach vorn. Nochmal rauf. So, dann sehen wir schön die Strecke. Oh, ich muss nochmal kurz. Sorry. Weil wenn wir kreuzen, finde ich das eigentlich die beste Position. Ja, dürfte noch ein bisschen lauter sein. Aber eigentlich, der Sound ist ja nicht so eingestellt wie immer. Das hängt auch ein bisschen ab von der Mod, glaube ich. Also, dass man dort den Sound dann halt ein bisschen reduziert hat. Kann das sein, dass man die Züge dann ein bisschen lang... Äh, nicht langsamer. Ja, langsamer auch. Das haben wir gesehen beim gelben. Nein, dass man die Züge auch ein bisschen leiser macht. Man hört ihn. Aber er dürfte lauter sein, finde ich. Das ist ja hier schön mit Sicht. Ja, aber die rote Brücke da unten. Da wollen wir hin. Hier müssen wir das Ganze tatsächlich so bauen, dass wir hier eben wirklich Höhe abarbeiten können. Indem wir Weg schaffen. Sonst wären wir da unten nicht in den Bahnhof reingekommen. Schön, wie er quietscht. Das möchte ich nochmal so sehen. Gut, dann sehen wir eben den Zug nochmal den ganzen. Aber auch nett hier. Das ist wieder der Westfale. Ja, man sieht schon hier. Das ist halt wirklich relativ hoch noch. Wir haben das dann gemacht. Hier nochmal rüber. Und dann sind wir aber tatsächlich... Ja, ja. So kommen wir dann in die Gleise rein. Das hat dann doch geklappt. Genau. Und hier geht es dann aufs Aufgeschüttete rauf. Genau. Von der Brücke her. Ja. Ja, zu leise. Es ist für meine Ohren zu leise. Das müsste ganz anders klingen, wenn hier ein Zug an uns vorbeifährt. Aber eben. Eingestellt habe ich es eigentlich so, dass die Züge doch relativ laut sind. Zweigleisigkeit brauchen wir hier keine, weil... Oh, der Schienenbus. Weil wir hier ja sowieso nur wenden. Ja, dann sind wir angekommen. Sehr gut. Hat ja dann doch noch geklappt. Wie gesagt, schreibt bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr einen Verdacht oder eine Idee habt, was der Gelbe, was den geritten hat. Also warum der da, der ist ja wirklich fast schon stehen geblieben nachher am Schluss. Keine Ahnung warum. Gut. Dann lasst uns jetzt schnell nach New York gehen. Ich hoffe, wir kriegen das performance-technisch halbwegs hin. Weil es gab eine gute Idee. Und das möchte ich eigentlich auch noch umsetzen. Nämlich, wenn schon die eine Stadt Rotterdam einen Fussballclub hat. Warum nicht dieses eine grosse Stadion noch in New York hinsetzen? Weil das hat ein bisschen was von einer Basketball-Arena. Da habt ihr recht. Ich muss mal schnell gucken, ob ich das finde. Das Teil. Ich gehe mal stark davon aus. Wenn ich hier die richtigen Reiter öffne. Es jetzt. War das hier oder war es beim Herzchen? Ne, war glaube ich beim Herzchen. Ja, hier. Und hier die grösste Variante. Die Arena. Guck mal. Das stimmt nämlich schon. Und das Teil, das hat ein bisschen was von so einer Basketball-Arena. Wohin mit dir? Irgendwo, wo wir es halbwegs eben haben. Das ist in New York nicht ganz einfach. Das sieht man. Ich könnte das Ganze natürlich abflachen. So wie wir es beim Fussballstadion gemacht haben. Und ich würde sagen, das mache ich sogar. Bevor ich das hier hinsetze. Ich denke, hier passt es eigentlich am besten hin. Hier hinten. Das werden wir dann natürlich auch so machen. Dass hier noch eine Bahn hinfährt. Also das ist ganz klar. Und ich möchte mir das Stadion dann auch noch kurz in Ruhe angucken. Ähm, Teretool. Ich bräuchte mal dich hier. Dann den. Zack. Und den. Und dann werden wir das hier mal einflachen. Sagt man dem so? Oder beflachen? Ich weiss es gar nicht. Einflachen, beflachen. Wie auch immer. Ich weiss nicht, warum ich immer zapple. Immer den hier. Das muss man gar nicht. Wenn man hier rüberfährt, dann passt das dann eigentlich auch. Wie viel Platz brauchen wir? Nicht allzu viel. Ich mache mal das hier noch. Dann haben wir ja auch wieder eine Felswand. Finde ich eigentlich relativ cool. So. Mal gucken, ob das eigentlich schon passt. Ja. Oh, es ist doch. Ist doch ein bisschen grösser als ich dachte. Aber so könnte man es machen. Das Problem ist jetzt ein bisschen. Ich möchte natürlich mit dem Verkehr auch noch was machen. Ich muss jetzt nochmal ein little bit. Moment. Wir fangen hier an. Ein little bit vergrössern. Hier runter. So. Dann stehen wir hier sogar ein bisschen auf einem Plateau. Ich bin schon wieder am zappeln. Dann stehen wir hier sogar ein bisschen auf einem Plateau drauf. So. Das ist etwas, wenn man tatsächlich wirtschaftlich spielt. Ihr seht. Das kostet massig Geld. Also da muss man dann tatsächlich aufpassen. Aber das ist mit dem Grund, warum wir eben nicht wirtschaftlich spielen. Dass wir das eben mal so machen können. So. Habe ich jetzt ungefähr die Fläche? Oder habe ich sie immer noch nicht? Doch. Jetzt passt's. Machen wir die ich mal. Zack. Hier hin. Jetzt wollen wir natürlich schnell gucken. Oder wisst ihr was? Wir nehmen noch schnell die Bäumchen weg. Dann können wir besser gucken. Ähm. Baum. Wo ist mein Baum? Hier. So. Radiergummi. Und hier. Zack. Volle Power. So. Wir können wieder Bäumchen hinsehen. Echt jetzt? Come on. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das hatte ich doch schon beim anderen Stadion. Das gibt's doch nicht, dass diese Stadien irgendwie... Das sind irgendwie verkappte Bäume. Das gibt's ja wohl echt nicht. In den Kommentaren stand noch. Zum Glück geht das bei Depos nicht. Da hat der gute Mann recht gehabt. Wo war denn jetzt mein Stadion? Und jetzt geht das wieder los mit dem Gesuche. Hier beim Herzchen. So. Herzchen. Ah. Moment. Herzchen hier. So. Nochmal hinsetzen. Sag mal. Da muss man extrem aufpassen mit dem Radiergummi. So. Bäumchen sind jetzt aber weg. Jetzt können wir mal schauen. Transportfieber Arena. Wow. Also mehr als nur nett. Na das sieht doch relativ klasse aus. Kann man rein? Jawohl. Drin ist nix. Ein Innenleben in dem Sinn haben wir nicht. Aber ein sehr sehr schönes Stadion. Definitiv. Also das wäre ein Haupteingang. Ja im Prinzip auf allen Seiten. Hier blinkt es sogar noch. Ne doch nicht. Das ist wieder ein Grafikpack, dass das blinkt. Transportfieber Arena. Ja cool. Dann klar. Hier werden wir jetzt natürlich noch Strassen hinpflanzen. Wir werden gucken. Einen kleinen Bahnhof machen. Und dann wollen wir irgendwie hier noch nach New York City rein. Mit irgendwie noch kleinen S-Bahnen. Wie wir das genau machen. Ja das schauen wir uns alles morgen an. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe euch ein bisschen gefallen. Und dann sagen wir hier Tschüss von der Transportfieber Arena in New York City. Danke fürs Zusehen. Bis ordentlich. Moin. Macht's gut. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020